Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und smicen, schmeiß, smileys. Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! So laufe ich auch immer Treppen hoch, ganz normal. Was ist das? Was gucke ich hier schon? Captain America stops blocking helicopter? Genau! Haha, mia, wie was ja! Ich habe hier noch bloss condona­debebebebebe- Meine machen immer so hier so, so 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 hier so. Flup��-flupfer-flupferflupfer-flupfer-flupfer. Jetzt! Jetzt tanzt er auch noch Captain America im viel zu kurzen Anzug. Hoi, Pocky. Woher kenne ich diese Musik, Alter? Also nicht die Musik so, aber das kommt mir irgendwie bekannt vor. Was wird denn das jetzt, Alter? Ein Dunbenkampf? Oh. Was? Na gut, Captain America ist stark. Von denen sollte man keinen Schlag abbekommen. Jetzt spielt er mit den Helikoptern. Was ist hier los? Was das macht? Was verdammte Scheiße war denn das, Alter? Ich scheiß mir ein, Alter. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich unbedingt damit raus. Bis zum nächsten Mal.